Oh mein Qua! Ich muss nur nerven, einfach nerven! Nein! Fuck you, Alter! Oh Gott, ich werde verfolgt! Wait, ist da jemand? Nein! Ne, irgendwas ist in Palette! Oben, rechts, rechts, rechts! Musst du einfach nerven? Nein! Hat der grad nen 360 gemacht? Du hast besser keinen 360 gemacht! Das klingt so aus! Du hast keinen gemacht! Sah sehr gut aus! Hallo! Ich war schon dreimal Global und einmal Top 10 Starcraft 2 Silver Player und jetzt ist es an der Zeit, endlich Diamant zu werden in Rainbow Six Siege und dafür haben wir die besten Spiele eingeladen, die ich kenne! Intro! Also noch nicht, aber bald! Also noch nicht, aber bald! Alter! Voll Decken gleich wechseln! Wow! Okay, alles klar! Leider, Mama ist ein Synonym für... äh... Wookie! Das ist ein Spielerbruch! Warum wird das jetzt keiner los sicher? Warum wird das jetzt keiner los sicher? Äh... Was? Wie können wir zugehört? Ich bin sorry, Philippe, aber ich bin sorry, okay? User entered your channel! Äh... Darf ich mal kurz was dazwischen werfen? Ja? Denisa! Die Schokolade, die du mir geschickt hast, ist seit dem 17.07.2018 abgelaufen! Wolltest du das verwirften? Das ist ja übel smart! Siehst du, wie viel du mir bedeutest? Ja, echt! Unglaublich, ey! Bex such dir eine Zahl von 1 bis 10 aus! 10! Ne, das ist zu green, ich neun! Neun! Das ist dann die Kuh! Bex, mach mal ein Fenster dahin, aber hier unten auf die Höhe! Was für Fenster? Ja! Bex! Ich hab's genau dahin gemacht, wo du... Ah, von meinem Pure-Fan! Das ist ein Bio-Azure-Container! Warte, geh mal weg! Geh weg! Geh weg! Was?! Du hast gesagt, mach das! Ja, ich hab gesagt, mach bitte! Ah, halt die Presse, Zombie, ganz ehrlich! Jesus! Hallo? Danke für die 5-Bow-Russ-Gruppe, ja? Ich hab was ich machen... Wir alle erzählen jetzt, was, das uns heute an diesem Tag gefallen hat! Mann! Du Leute! Das gibt es nicht! Ich hau dir die Keke, Mann, Alter! Ich hätt ihn gehabt! Mann, Alter! Oh mein Gott! Sind wir alle ready? Also... Bex läuft bei dir auch alles? Alles gut? Bex? Bex? Wir nehmen ab jetzt Bewerbungen an, um Bex Platz wieder zu füllen! Wenn ihr am Wochenende so ausseht oder Bayer seid, meldet euch in den Kommentaren! Danke vom ganzen Team! Verloren, Alter! Herz der Reisen in der Lage! Ja, ich fühl... Ich fühl... Ich fühl... Ich fühl... Gibt's mir wenigstens... Ich hab neun Kills, Chat! Und trotzdem bist du nicht auf dem ersten Platz! Ja, ne? Irgendwie muss man ja die Frauen im Spiel behalten! Ach so! Pass auf! Es wird Gold! Schaut zu! Es wird Gold! Das ist mein Lieblingsgoldton! Wow! Hellgold! Nicht schlecht! Das ist Weißgold! Ich glaub ich hab alle Zähne rausbekommen! Alle... Alle Milchzähne! Ziemlich sicher! Nein, nein, Bex! In seinem Alter hat man noch ganz viele Milchzähne! Wobei, wann... Wann ist das letzte Milchzeit draußen? Mit... Und was hieß das? Mit sieben... Mit sieben... Mit sieben... Mit siebenunddreißig... Okay! Das ist alles draußen! Ja, hab ich Glück gehabt! Äh... Ja, dein Gehirn wurde wohl mit rausgenommen! Wow! Okay! Wex! Mal so ne andere Frage! Ich kenn das noch von meiner Schulzeit, dass man Kinder gemobbt hätte! Weil sie eine Freundin hatten! Was? Also das Problem hatte Wex definitiv nicht! Oh, what a bot! Warum... Ach Bex, hast du mir KI weggenommen? Es gibt... Jesus! Wieso? Ich spiel denn fast immer! Das ist echt ein großes Wunder, dass sich zwei alte Menschen über den alten Mann streiten, ja? Kannst du mal deine Fresse halten? Wenn zwei Kuchen sich unterhalten hat, der Krümmel die Fresse zu halten! Wir sind eher so Torten wahrscheinlich! Und du bist so Retorten-Kind! Ich bin so ne Zitronen-Schnitte, ja? Ich musste hierfür googlen, was ein Retorten-Kind ist! Das Kind, das sich aus einem außerhalb des Muttertreibes befruchteten und dann wieder in die Gebärmutter eingebrachteten Ei entwickelt hat! WTF als Zombie? Wo rennt Wex eigentlich schon wieder rum? Ich bin unten! Ich hab das Gefühl, Wex als Rumor keine Ahnung warum rennt! Hä, ich bin unten und chill! Ja, das nennt man Rumor! Aber trotzdem glaub ich, dass du keine Ahnung hast, was du da machst! Oh mein Gott! Wo ist das? Oh! Ich hab's für dich! Ey! Ach! Baited! Wechsle Magazine! Am Bullen wieder! Der ist nix los, gell? Hörst du? Baited! Habt ihr eigentlich alle irgendwas besonderes geplant für die nächsten Monate oder sowas? Für die erste Hälfte des Jahres? Irgendwas, was ihr erreichen wollt? Nö! Hervorragend! Der wird beim Schulabschluss anfangen! Nice! Warte, meinst du das ernst? Uiuiui, Silber 1, ne Silber 5, Silber 3, Silber 4, ne doch! Silber 2, Gold 3! Wie ist... Niko noch Gold 3? Das ist zwar Däne, aber komm! Goddammit! Ich dachte, dass wir den lösen! Das ist schön! Oh nein! Bitte! Bitte nicht! Was ist? Was denn? Nicht überspringen! Haha! Wie ihr bestimmt schon rausgehört habt, läuft in vielen Aufnahmen mit der Grund Musik! Diese Musik wird von den Zuschauern im Livestream hinzugefügt! Sehe, du springst das jetzt! Hallo, das war geil! Ich hab dich extra hochgemacht, weil nix das hören wollte! Das Spiel lag bei mir hart! Nice! Google Chrome ist grad gecrasht! Discord ist auch grad gecrasht! Ich glaube, er wächst mit niemandem Platin oder er wird erst Platin, wenn Zombie und Shox Diamond sind! Hä, warum soll denn ein Zombie vor mir Diamond werden? Das Einzige, was er vor mir wird, ist äh... Im Grab liegen! Weil er sich carry'n lässt! Ja stimmt gar nichts! Weil ich mich carry'n lässt! Ja, da habt ihr's gehört ja! Wenn Dine sagt, das ist es so! Wenn Dine sagt, das ist 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 so! Also von einer Eins bis Zehn Sechs oder sieben? Warum machst du da zu? Eine Sieben! Eine Sieben! Ui, 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 danke sehr! Kicken, Frage? Nein! Das werde ich mir einrahmen Sieben Wenn ich mir so einen Jensen Ackles angucke, ja, das ist eine Zehn Ja, aber Jensen Ackles? Wer ist das? Der Schauspieler von Supernatural Oh, du meinst Jensen Ackles Der Team spielt Ja, was ist Jensen Ackles für dich? Er ist eine Zehn Ja, ich seh genau so aus wie er Nur asiatisch, also Das passt ja dann perfekt Ich muss auch sagen, ich hab auch fast zum 3-Tage-Babären, ne? Shut the fuck up, Max Hallo? Toxic Man, als ob der da abangt, der Wurensohn Ich hab so oft mit Chox schon gespielt und der hat da nicht einmal geflayt, definitiv nicht Hallo? Irgendwann gepieft Was ist denn mit After the Vampire mit Prolos? Hier geht alles kaputt Vor zwei Tagen kam die neue Operation raus Auf den Test zu hören und ich hab mir gedacht Hey, ich will euch Kills in dieses Video noch einfügen Ich hab noch keine gemacht Aber deswegen seht ihr jetzt wirklich einfach sehr cool Fensterscheiben einschlag Oh Was? Ratet mal wie alt die neue ist Äh, wahrscheinlich 26 Nee Sorry Herr Rasm Keine Ahnung 48 Die ist 48 Die ist 48 Wobei, jetzt seh ich's auch, ja? Die hat sogar graue Haare da oben Yes, wird's interessant Denn jetzt spiel ich Huch Mein Mikrofon ist Hallo Hallo. Was? Hallo. Das ist sehr komisch anhören für die Zuschauer auf YouTube. Komm her, du Kräger! Wow! Nein, ich kann rein. Ah ja, richtig. Wee! Oh mein Gott. Das ist ja genial. Holy shit. Ja, okay. Scheiße, das ist nur, wenn da eine Frostmatterricht und... Wo kommt der? Aha! Wo kommt der her, hä? Wo kommt der her? Oh, was? Wo ist die Cam? Der war FK und lag im Eck. Guck mal hinter dir. Mega geil, wenn du da reinjumpst. Okay, pass auf. Ich meine, ich weiß nicht, was meine Erwartungen waren, als ich das getan habe. Das geht aber besser! Oh mein Gott, stell dir mal vor, du verschluckst Sackharre von jemandem. Und der ist unten durch. Oh... Woran bist du gestorben? Ja, so... Äh... Gespawn peaked, Alter. Steck'n Gehler so die Treppe runter. Ja. Okay, ich kill. Ich mein's kill. Ich bin ready für den Kill-Check. Ich hab mich gerade umgedreht, du dummer Huuuuuuuuuuu. Ja, grüß. Ungefreund. Das ist so cool, Mann! Die sind unter mir alles live already. Wow! Was soll ich hier für Masaka? Na, ich fand das nicht drüber, ich drüber drüber. Ich hab den Alibi-Klon doppelt gepiekt. Okay, ich hab euch angelogen. Ich hab doch nen Kill gemacht. Bitte äußert keine Kritik zu meinem Aiming. Mein Mauspad wird gerade überflutet. Oh. Oh. Four eliminated. Jesus Christ.